Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute ist wieder Montag, Challenge Tag. Letzte Woche hat der Stefan mit euch die Challenge ABC Spiel gemacht. Und heute zeigen der Werner und ich euch eine neue Möglichkeit in guten inneren Zustand zu kommen. Und zwar haben wir uns überlegt, wir würden gerne mit euch eine Klopfübung machen. In der Kutscherer Resonanz Methode haben wir unterschiedliche Klopfübungen und wir würden euch gerne eine Sequenz vom HUNA-Klopfen zeigen. Und zwar geht das so, dass jeder etwas klopfen kann, was gerade zu ihm passt. Also ich zum Beispiel bin eher so ein bisschen, naja, ein bisschen lethargisch gerade, ein bisschen müde. Ich könnte ein bisschen Lebendigkeit oder Tatendrang gebrauchen. Was könntest denn du gebrauchen? Gerade was die Situation momentan auf der ganzen Welt angeht und sagt mir ja doch ein gewisses Kopfkino, und das, was man in den Medien so mitbekommt, würde ich für mich eher sagen, Ruhe und Gelassenheit. Okay. Und beim HUNA-Klopfen ist es immer so, da klopft man einen Satz. Und also ich würde dann zum Beispiel klopfen, ich bin lebendig und voller Tatendrang. Was würdest du dann klopfen? Ich würde für Ruhe und Gelassenheit klopfen. Und wir könnten da die Skala nutzen, wo verkehrt rum, wir könnten hier die Skala nutzen von 0 bis 10, also wo 0 ganz neutral ist und 10 ganz intensiv, also total stimmt. Wenn du jetzt für dich die Ruhe nimmst, was würdest du sagen, wie viel stimmt denn der Satz schon, wenn du jetzt ruhig und gelassen bist, so? Zwei. 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 Okay. Also von mir energiegeladen oder Tatendrang ist jetzt, ich weiß gar nicht, vielleicht bei 1 ungefähr. Okay. Und Ziel ist, dass wir das da so hochklopfen. Mhm. Okay. Gerne. Gut. Dann legen wir das mal zur Seite. Und es gibt so... Also ich klopfe, ich bin lebendig und voller Tatendrang. Ich bin ruhig und gelassen. Okay. So ist das jetzt. Nehmen wir die Hände zusammen. Ich bin lebendig und voller Tatendrang. Ich kann das. Und so ist das. Einatmen. Ausatmen. Und dann auf der Thymusdrüse klopfen. Dann auf der linken Hand klopfen. Auf der rechten Hand klopfen. Und dann hinten der letzte Halswirbel, der so raus steht. C7 heißt ja, da auch nochmal klopfen. Und Hände zusammen. Einatmen. Ich bin lebendig und voller Tatendrang. Ich kann das. Und so ist das. Was willst du sagen? Der Skala. Wo bist du? Drei. Drei. Und... Ja. Ah nee, ist mein's. Ich bin bei... Naja. Ja, auch so da irgendwo. So. Okay. Okay. Ich bin lebendig und voller Tatendrang. Ich kann das. Und so ist das. Und so ist das. Ich bin lebendig und voller Tatendrang. Ich kann das. Und so ist das. Was möchtest du sagen? Genau. Du bist gut. Wollen wir nochmal die Skala nehmen? Skala, ja. Also ich hänge noch ein bisschen hinterher. Wir wollen noch einmal klopfen zum Abschluss. Und dann kann ich ja noch weiter klopfen, wenn ich noch nicht oben bin. Ich bin lebendig und voller Tatendrang. Ich kann das und so ist das. Also ich bin fast oben. Ich würde sagen 8. Und du? Bist schon fertig? Normal 8. 8 passt auch, ja? Passt normal. Dann lass uns noch hochschieben. Letztes Mal, dann klopf mal zuziehen. Ganz bestimmt. Ich bin lebendig und voller Tatendrang. Ich bin ruhig und gelassen. Ich kann das und so ist das. Jetzt schon viel besser, oder? Ja. Und weißt du, im Laufe des Tages können wir immer klopfen, wenn wir es verlieren, oder? Wenn ich wieder müde werde, dann klopfe ich einfach. Und du? Wenn irgendwas auf den Keks geht oder gerade, dass das in den Medien einfach so abläuft und die Situation, die jetzt gerade nicht so prickelnd ist, dann mache ich das auch. Dann klopfe ich auch. Oder wenn wir so genervt sind zwischendrin. Und dann ohne Kamera. Genau, ohne Kamera. Und ihr dürft jetzt auch klopfen ohne Kamera. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Sequenz HUNA-Klopfen. Das ist ein Teil davon, von der ganzen kompletten HUNA-Übung. Und könnt ihr es super machen, wenn ihr gerade mal den Zustand verliert oder wenn ihr gerade einfach irgendwas braucht. Entweder Ruhe und Gelassenheit oder Lebendigkeit und Tatendrang oder was ganz anderes. Und schnell gemacht, schnell geklopft und viel Spaß dabei. Bis nächste Woche, dann wird ein anderer Lehrtrainer oder eine andere Lehrtrainerin vom Institut Kutschera euch eine Intervention vorstellen. Und natürlich könnt ihr wieder in die Kommentare unten reinschreiben, wie es euch so gegangen ist oder welche Sätze ihr geklopft habt. Oder so wie letzte Woche beim Stefan einfach eine private Mail schreiben. Bis dahin und tschüss. Macht's gut. Tschüss.